Also in einer Minute würden wir noch starten mit den Trott. Gut, könnt ihr auch jetzt verzwingen. Wir sind in einem anderen Bereich, irgendwie links über der Gäste. Gestern, am späteren Nachmittag, mussten wir einen Lawinenabgang verzeichnen. Die Lawine hat sich beim Sentis gelöst und hat sich auf die Schweigalp erlassen. Dort sind zwei Gebäude, ein Personalhaus und das Hotel in Mitleidenschaft gezogen worden. Dort ist insbesondere das Erdgeschoss mit Schneemassen gefüllt worden. Von der Lawine wurden drei Personen leicht verletzt. Diese drei Personen wurden ambulant behandelt und sind zwischenzeitlich zu Hause. Die Anzeigen. Die Anzeigen. Die Anzeigen. Die Türmen können jetzt auf den Parkplatz gehen, sodass die Autos kehrt und dann ins Hotel kommen. Die Türmen können jetzt auf den Parkplatz gehen.